hallo leute und willkommen zu tüte 3 und bau video 3 unseres land rover defender baus soweit sind wir gekommen ich sag mal das meiste technische ist bereits fertig getriebe aufhängung federung lenkung haben wir alles schon fertig gebaut und das war eine coole sache wer es verpasst hat alle videos sind hier unten in der video beschreibung verlinkt genauso wie hier die kauf links wenn ihr euch das teil hier auch kaufen möchte von original lego für 155 oder für 80 euro dann bei einem anderen hersteller alles in der video beschreibung zu finden lohnt sich immer mal wieder da rein zu klicken also soweit ist der große schon fertig geworden und heute machen wir eben mit bauabschnitt nummer drei weiter und das heißt für uns wir befinden uns in der anleitung auf der seite 72 und das soll jetzt fertig gebaut werden also wir fangen jetzt hier mit der karosserie an dem dach ja und all das steckt hier drin man kann es auch schon gut erkennen wenn man sich hier die farben mal anschaut das ist natürlich jetzt hier das grün von außen und das weiß hier vom dach und genauso hier haben ein bisschen weiß drin und grün und weiß drin und ja außer lift armen nur noch relativ wenig technik teile also nicht lang schnacken das hier sind die sticker ja also ein paar stück habe ich schon verklebt ein paar stück lassen wir einfach mal weg hier super power braucht man nicht das sieht alles nachher nur schlecht aus und das soll es ja nicht und soweit sieht er ja ganz und gar nicht schlecht aus sondern richtig gut also legen wir los so ditte haben wir jetzt gebaut war jawohl also wir bauen hier jetzt immer sagen die fahrgas zelle langsam zusammen einmal hier unten die teile dann geht es hier mit lift armen hoch hier oben bis auf den dachbereich also hier wird noch mal mit technik teilen eine schöne form gebaut und die wird dann einfach hier unten angeklippt und ich würde euch mal das teil hier zeigen ja so langsam nicht angebaut ist und einmal die andere seite einmal flott umdrehen und hier sieht man schon wie das teil hier dran gebaut wurde so sitzt es hier nämlich dran und wird einfach klar hier über technik pinne an verschiedenen punkten befestigt und dann ist es hier natürlich noch etwas locker und flatterig im moment hier kann man 10 also bauen wir flott man noch hier das zweite teil an jetzt muss ich aber mal kurz schauen wie und wo das genau dran kam ich glaube genau das war so also einmal hier die pinne durch klack 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 und dann noch mal hier oben befestigen und schon hat das ganze doch ein gutes stück mehr stabilität und wir haben hier auch ein rückspiegel gebaut da fällt mir gerade ein ich muss man eben schauen kommt da nicht auch noch ein aufkleberchen vielleicht drauf auf den rückspiegel würde ja eigentlich passen und das habe ich hier ganz am anfang gebaut bei dem abschnitt blätter 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 nein es kommt kein aufkleber drauf also die seiten haben wir besprochen aber auch hinten hat sich was getan und zwar ja dieser fette stoß finger das ist da habe ich ein gummi drunter ich hoffe das habe ich das muss bestimmt nicht so sein da kommt und das ding jetzt her das habe ich bestimmt übersehen ich glaube das muss ich noch mal hier ab machen auf jeden fall ihr seht ja wir haben hier einen relativ fetten stoßfänger gebaut hier mit dicken lift armen und dann haben wir ja auch ein aufkleberchen drauf gebracht hier als rückleuchte einmal hier auf der seite war so ordentlich massiver brummer wird er wird langsam dick aber hier das gummi das muss ich jetzt noch mal raus friemen so aber das mache ich gleich hier seht ihr noch die teile die großen hier die kotflügel teile guckt euch die mal an dass er richtig große dinger dann hier oben fürs dach die elemente dann ein paar lift arme noch ein paar teilchen also wir haben noch ein bisschen was zu tun und weiter geht's mit unserem defender mittlerweile bin ich bei bauschnitt 268 auf seite 89 angekommen und wer sich jetzt gewundert hat dass er hier vielleicht keinen zeitraffer gesehen hat ja mir ist irgendwie der akku der kamera leer gegangen na kann passieren egal ich zeige euch mal was ich hier gebaut habe also hier das teil haben wir schon gesehen das haben wir noch ein bisschen verstärkt hier mit so einem l-förmigen lift arm aber das interessante ist hier hinten denn wir haben einmal hier rücklichten rücklichten rücklicht hat dran gebaut und die heckklappe und die ist schon durchaus tricky und ich muss mal kurz schauen die hat nämlich auch so einen mechanismus wird man die öffnen kann und ihr seht das ist hier noch alles relativ wackelig also hier ist die ganze verstrebung hier oben fehlt noch alles wackelt hier noch etwas rum aber man kann die heckklappe öffnen und dann sieht man hier den mechanismus und das finde ich jetzt durchaus interessant und zwar ja rastet dann hier einmal das scharnier ein und dann kann man es irgendwie mit dem mechanismus hier nochmal öffnen also so wäre es dann auf und dann kann man so zu machen und klack dann ja schnappt das quasi hier nochmal in position und wenn es hier oben kann man sehen ich zeige es euch noch mal mein gott ist das hier jetzt ist was abgefallen jetzt ist was abgefallen nein 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 also das ist hier live die montage jetzt komm aber immer auf so also das teil muss noch mal hier drauf und dann ja kann ich euch das zeigen also ich mache es mal so nach vorne dann hält das auch und wir drehen etwas so dann machen wir die tür zu klack und sie verriegelt sich automatisch und später kann man dann hier irgendwo noch wahrscheinlich sinnvollerweise hier dran drehen um dann dort den mechanismus wieder zu bewegen ich glaube da kommt so ein ersatzrad bestimmt noch hinten dran oder irgendwas in die richtung also ganz cool und vor allem recht aufwendig hier der schließmechanismus denn wir haben da sogar ein gummi mit verbaut das ist das gummi das eben noch hier hinten um die stoßschlange drum gewickelt war gut dass ich es rausgenommen habe denn hier habe ich ja schon direkt gebraucht und dann dementsprechend verbaut also weiter bin ich noch nicht gekommen damit ich habe immer noch genug teile da liegen und von daher bauen wir direkt mal weiter aber ich will mal festhalten das ding sieht langsam schon nach auto aus jetzt wo wir hier den dachbereich haben hier hinten noch den bereich haben man kann immer schöner erkennen und der ahnen wie großer denn jetzt wird unser land rover also macht mir echt immer noch sehr viel freude und eine sache will ich mal noch festhalten meine freunde von den ganzen teilen hier hatte ich noch kein fehlteil gehabt bisher alles gut aber eine sache noch moment mir ist ja noch was aufgefallen so ein problemchen das lego ja auch gerne hat und zwar unterschiedliche farben eigentlich bei der gleichen farbe das soll ja alles das gleiche grün sein aber hier das große panel das hat eine andere grün farbe als hier die liftarme das hier ist sehr viel heller als das hier ist eigentlich ein bekanntes problem bei den drittherstellern sage ich mal aber mittlerweile baut lego ja so ein käse auch ein bei dem neuen nach was warten das noch bei dem neuen lamborghini schlag mich tot der hat ja auch unterschiedliche farben da wo eigentlich alles gleich sein soll von den farben und den farbtönen her von daher ist das hier quasi lego niveau ja kann man so sagen und dann baue ich jetzt noch mal eine runde weiter diesmal garantiert wieder mit zeitraffer ja er ist grün geworden ich habe hier ein bisschen karosserie angebaut hier sieht man schon die radläufe oder die kotflügel haben wir hier dran dann hier so seitenverkleidungen und hier so ein zwischenteil zwischen den fenstern so ein holm und hier diese kotflügel die sind an drei pinnen befestigt einmal hier an dem schwarzen und natürlich zweimal wie kann es anders sein ja mit blauen pins weil es so toll aussieht eins zu eins von lego so übernommen hier haben wir die schrägsteinchen sitzen an der seite also da nochmal richtig noppenarbeit und einmal hier entlang mit schrägsteinchen gearbeitet von hinten hat sich auch was getan wenn ihr mal hier euch die optik anschaut schaut mal in den bereich und in den bereich da haben wir nämlich aufkleber aufgebracht und ja die sehen ganz okay aus nochmal hier mit extra rücklichtern denke ich mal soll das darstellen das sind hier solche fliesen die hier auf so gebaute noppen also hier auf diese grauen dinge drauf gesteckt wurden und dann hier hinten nochmal mit pinnen befestigt wurden ja kann man machen das gleiche natürlich nochmal hier auf der anderen seite und ja also so langsam nimmt er formen an als nächstes kommt jetzt wohl das dach dran denn jetzt geht es endlich mal hier an die weißen und es wird auch langsam aber sicher alles hier etwas stabiler ist ja noch so ein bisschen ja ich sag mal wackelig solange hier nicht alle verstrebungen dran sind aber es macht spaß zu sehen wie der dicke hier langsam wächst sehr schön also weiter geht's mit dem dach der deckel ist drauf jawohl und das war ich sag mal kleinteiliger als ich eigentlich gedacht habe also da wird schon einiges gebaut hier beim dach und es sieht aber dann auch cool aus und vor allem stabil ist es dann auch befestigt und das ist wirklich robust also da braucht man keine sorgen zu haben natürlich in der mitte haben wir hier einmal diese größeren paneele erst einmal dann hier diese teile an den seiten hier nochmal eine stange eingebaut hier nochmal so ein abgewinkeltes teil genau das gleiche auf der anderen seite und hier vorne wird es dann etwas filigraner also hier haben wir sowas wo dann auch eine knickung hier mit bewerkstelligt wird also das hier kann man verstellen da ist hier ein knick drunter wir haben hier teile wo nochmal diese pin auf noppe steine reingesteckt werden um dann eben auch hier vorne solche fliesen dann befestigen zu können also durchaus interessante bautechniken die angewendet werden auch hier wie die tollen blauen pin versteckt werden naja so mehr oder weniger ich kapiere es nicht warum hier immer blau sein muss auch hier oben so ein einzelner vor allem hier oben schaut euch an ein einzelner blauer pin ich habe da genau geguckt ich habe nichts vergessen ne ein einzelner blauer pin guckt hier oben noch raus naja ok damit müssen wir jetzt einfach leben auf jeden fall schaut euch an er sieht jetzt schon hinten rum richtig nach land rover aus natürlich alles ohne aufkleber bisher wo irgendwie ein markenname draufsteht bis hier hinten die aufkleberchen und ja als nächstes kommen hier noch die türen dran das sind die teile und die teile und das bisschen was hier noch so drin ist und ich habe schon angefangen mit der tür auch hier haben wir wieder diesen krassen farbunterschied beim grün hier von den großen panels zu den lift armen das ist schon echt krass ansonsten ja könnte ich mich jetzt schon ärgern dass ich hier die aufkleber drauf gebracht habe da sage ich einfach mal nichts zu da kann sich jeder sein selbst denken das sind hier die aufkleber und ihr seht diese diese teile hier also dieser komplett aufkleber ist unter drei unterteilt in 1234 aufkleber insgesamt und 123 habe ich hier schon drauf gebracht hat ist natürlich ein bisschen schwierig zu kleben muss man ganz ehrlich sagen damit das alles einigermaßen aussieht und jetzt habe ich hier so eine furchtbare lücke weil ja der eine klebt besser der andere klebt schlechter ich habe diesmal zweiteres getan aufkleber ist immer echt so eine sache naja egal sei es drum also ich baue jetzt hier meine tür immer noch weiter die zweite auch noch und dann hätten wir den bauabschnitt nummer wo waren wir denn nummer drei beendet sobald die türen dran sind und dann schauen wir uns den dicken hier nochmal an bauschritt 130 seite 114 und es ist passiert ja ich habe ein fehlteil oder besser gesagt ein falsches teil naja egal dazu komme ich gleich wir legen es mal hier vorsichtig zur seite und schauen uns mal den landy an beide türen sind dran so schaut der gute jetzt hier von der seite aus finde ich sich ganz gut aus bis auf die pinne die man hier ein bisschen durch sieht aber die türen lassen sich öffnen man kann sie aufklappen und auch wieder zu klappen und ja sind echt nette türen geworden und vor allem hier so die die formensprache so von der seite finde ich die sieht mittlerweile schon kantig und schlüssig aus so ich mache die tür mal hier komplett auf dann sieht man auch wie der mechanismus hier funktioniert ihr seht hier unten der mechanismus mit diesen lift armen wie sich das ganze zusammenklappt dann wird hier hinten mit diesen beiden nupsis hier ja da wird es durchgesteckt und dann hier nochmal verbunden das ganze ja und von der innenseite schaut das ganze so aus unsere hervorragend ich klebe ich drehe noch mal ein bisschen verklebten aufkleber dann hier quasi der türgriff und noch so ein paar verstärkungen und weiter hier oben finden wir dann hier noch den außenspiegel den wir auch ein bisschen verstellen können und was ich aber sagen muss oder sagen darf die tür schließt gut kann man hier gut sehen also da hakt überhaupt nichts sie geht auf sie geht zu die tür und das auch sehr gut da hakt und hängt mal so gut wie überhaupt gar nichts und sie hält auch einigermaßen also naja gut wenn man hier ein bisschen härtere kurvenfahrten macht dann öffnet sie sich hier schon leicht aber wenn man sie so zu klappt dann bleibt sie auch zu und öffnet sich nicht nochmal ja das gleiche spielchen fast auf der fahrer seite wenn ich hier mal die tür öffne fällt uns hier das fehlteil auf und zwar hier müsste noch ein lift arm rein den sieht man sehr gut einmal hier das ist der graue kollege den hatte ich nicht mehr dafür aber wie gesagt ja hier diesen langen grünen lift arm schade aber naja es ist jetzt keine entscheidende oder es ist kein entscheidendes bauteil dass ich jetzt hier irgendwie nicht weiter bauen kann oder was jetzt groß hier irgendwie die ja die funktion behindert die stabilität die ist vielleicht minimal eingeschränkt aber nicht so schlimm und ich muss mal schauen ob ich in meiner ersatzteilkiste da noch ein passendes teilchen für finde so tür zu und ah ja genau was man hier auch sehen kann hier haben wir dann auch quasi ne quatsch vergesst es ich wollte sagen hier die a-säule aber ich denke da kommt noch extra was dran dennoch hier mit dem rahmen der ums fenster herum geht ist die a-säule auch schon ein bisschen angebaut ja und so sieht aus unser dicker also von der seite ab tür ist er jetzt hier mittlerweile fertig von hinten ist er fast fertig also hier fehlt ja noch ein bisschen was und dann natürlich das dach sieht auch echt schick aus mittlerweile und damit kämen wir auch schon zum bauabschnitt nummer 4 und hier sieht man hier kommt hier der ganze bereich jetzt dran die motorhaube die front da wird jetzt alles hier schick verkleidet in den nächsten seiten und dann schauen wir doch mal wo habe ich denn die tüte vier da ist sie und ja sie ist gut gut gefüllt also da kann man nicht meckern da gibt es noch ordentlich was zu tun tja und nach vier kommt dann noch bauabschnitt nummer fünf das sind aber quasi nur die reifen und die felgen also da gibt es ja nicht mehr so viel zu berichten aber im vierer steckt schon noch einiges drin deswegen würde ich sagen das machen wir alles im nächsten teil jawohl im und letzten teil unseres land rover defender baus wenn ihr auch lust auf das modell bekommen hat original lego oder auch die china kopie die links dazu findet ihr hier unter dem video in der video beschreibung da kann man den kaufen so ab 78 80 euro für die kopie oder 155 euro für das lego original beide machen denke ich genauso viel spaß oder gleich viel spaß echt ein schönes set zum bauen das kann ich schon mal sagen bevor ich hier fertig bin also freunde schaltet auch beim nächsten mal wieder ein dann geht es weiter mit bauabschnitt nummer vier bis dann sage ich vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal